Hier auch so. Hier rüber, hier rauf. Und dann... Ah, hier. Es ist das Gebiet der Maschinen. Aber in was dringe ich eigentlich ein? Ah, hier rüber. Oh, hier rüber. Näääh. Wäre nicht schlecht, wenn wir den auf unserer Seite hätten. Sieht wie ein Sägezahn aus. Nur schwerer bewaffnet. Na toll. Oh, hier rüber. Sieht wie ein Spächer? Ja. Sollte er das machen? Hm. Das wird zu schwer. Ja. Sieht wie ein Allgäuerlichter. Sieht wie ein Allgäuerlichter. Sieht mich im Wasser. Oh, was echt? Nicht ausrutschen. Sieht wie ein Allgäuerlichter. Sieht wie ein Allgäuerlichter. Oh, da war mal was. Scheiße. Scheiße. Ex-Idiot. Komm ab hier. Es kann jeden jetzt wieder. Es kann jeden jetzt wieder. Was ist denn überhaupt? Was ist denn überhaupt? Was ist denn überhaupt? Was ist denn überhaupt? Oh nein. Keine Angst. Wenn es sehr effektiv gehen, die haben keinen Schwächen, würde ich verarschen. Boah, die Eilblitze. Boah, ich hasse so Flückdinger, ne? Was macht die denn? Boah, wir sind falsch abgebogen. Ah, so ist nicht hier. Tschüss. Aber bis sie, dass sie ja niemals quisten, das ist so. Schatz. Ich siehste kaum was. Kannst du... Kannst du... Kannst du... Kannst du ja... Musik. Kannst du... Kannst du... Wenn du... Kannst du... Was ist ein Sideplay? was aber trifft 6-4, Alter. Nee. Der Draht ist nicht lang genug. Der Draht ist einfach zu beschwerken. In your face. Alter, was für ein Assi Weg da Was für ein Dreck, Sau Schön abgerissen Und wo wieder, Alter Hier reinholt sich verarschen Nein Wie der aushält, ne Voller Gartenfall, meine Fresse Oha Alter, das ist doch mal hier vorbei Der hat da nen Vogel, Alter Ahaha Und du, und jetzt? Manchmal so ne Störung, ne? Der Baum Oha 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 Oh 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 Da, 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 da! Das war's. Nein! Ja! Hey, da ich bin grad voll eingespannt, ne? Wo ist der Arsch? Ah, der ist über mir! Der Arsch! Hey! Eieieiei! 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 Und? Wann ist der Arsch? Nein! Nein, Dlexo! Hey! Yes! Ja! Ah, der Kaffee schiebt mir nicht. Oh! Oh! Alter! Der Musche auf jeden Fall haben. Ich hoffe, es gibt nur die eine. Alter! Ähm... Alter, war das eine Kreatur. Fünf, acht, neun. Vier, neun. Weg damit. Ach ja! Deine Fingernägel, ne? Ich bin vom Schneematsch und total durchnässt. Okay, wir sind hier auf dem Weg. Jetzt kommen wir noch nicht drauf klar. Apropos, ich muss mal eine Aufnahmepause machen. Seh ich gar nicht. Vielleicht splitt ich das ein bisschen. Weil es zu lange ist. Und dann sehen wir uns das mal an. Also bis dann! Ciao! Oh! So! Hallo Leute! Das geht hier weiter mit Horizon Zero Down. Bah! Nach dem Kampf, ey. Da bin ich echt buff. Kranker Typ. Boah! Was ist das denn hier? Alter, ich weiß was das ist. Krass! Boah! Boah! Äh! Dann malware. Okay. Ja! Ja! Nein! Na, danke schön! Ich bin kein Problem. Ja! Hier! Ja! 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 Okay, und jetzt? Ja, und jetzt. Ja, und jetzt. Hier runter? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das ist doch... Oh, wie nicht? Du bist nicht. Du bist nicht. Du bist nicht. Du bist nicht. Keine Ahnung, wie geht's denn schon weiter? Hey? Ja, da kann es sein. Bisschen gefährlich. Ich glaub, ich geh jetzt nicht mehr weiter. Hä? Oder ist mir ein Netz? Aber hier eben schon, ja. Ja. Ja, Panorama muss süß sein. Verdammte Zonen hätten wir da noch. Tod aus dem Himmel. Könnte man machen. Mach ich auch mal. Haben wir letztes Mal bekommen. Letzte Mal. Let's me, Mario. Ah, und was wir auch noch machen müssen, ist, äh, der letzte, äh, die letzte Grabstätte werden schlecht. Die Zeta-Grabstätte, glaub ich. Grau hab ich denn. Das hier muss Scheuerfels sein. Oh, nein. Scheiß. Das muss ich überfeilen. Speichern mal. Was ist das? Schiff, schiff, schiff. Shit. Oh, da kommt er da nicht dran. Guck, die kämpfen doch gar nicht. Guck. Nicht so. Nächste. Guck. 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 Guck doch nicht. Ey. Was ist das denn für ein Pisser? Guck mal. Was macht der? Guck. 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 Boah, sind die Essen, ne? Bist die Ätzende Föhle, ey. Du Drecksack. Bist die Ätzende Föhle, ey. Bist die Ätzende Föhle, ey. Guck. Ich kann hier nicht abrückgehen, ey. Ich weiß nicht, ob ich das rauskomme, aber ich muss nicht. ich komme einfach nicht in das loch war jetzt aber ich sollte mit der person sprechen wie ihr das sagen hat für den anführer danke wir sind erschöpft das war schon die dritte schar heute dritte das ist die große schars ein verkäufer ich weiß was ich verkaufen könnte und schwar die ich hier die ich hier damit ich will ich war brauche ich nicht mehr nur das wie rattenhaut habe ich auch umsonst kaninchen weiß ich gar nicht nein brauche ich auch nicht aha haben wir ja fast alles ne hier der stürmer herz sonst haben wir alle krass schatzkisten gratis probe waffen